moin und willkommen zurück hier zu battle chasers night war auf der switch hier sehen können stehe ich immer noch vor dem typen der hinten irgendwelche bürger bewahrt sondern das durchliest und haben die gegner unter von alle getötet und dann passen einige lieben auch nützliche sachen ja wenn wir sehen kann glaube ich muss man in der angreifen das mache ich dann direkt ein leicht genommen machen konnte ich nicht auf den schaden hatte okay wenn wir jetzt mal die landen versuche jeder hauptsache die aus macht einmal und die schattenpeitsche nehmen wir machen gleich noch lebens okay das würde dann jetzt kann man sich ein paar wächter noch ein bisschen gut ist er nicht eben ist immer so war könnte noch mal am besten noch was rein bei und 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 Guck mal, hat er sich da schon wieder Leben von dir holt, ne? Wir müssen schon ein höherer Schaden machen. Wir müssen noch hinmachen, wir haben hier einen Supercard. Wir müssen noch ein bisschen Schaden rein, in diesen Unsichtbaren können beim nächsten Überfall noch mehr Schaden draus holen. Wir müssen noch die Rote Wunsch nehmen. Wir müssen noch die Wiener. Wir müssen noch die Wiener. 1 2 2 2 2 1 monika zeig was du kannst zwischengegner sind die hauptgegner gewesen aber es ist ganz gut etwas von der magischen in der umgebung hat sich aufgelöst wir müssen nur noch einen finden gut und zweit nachgefunden haben wir den ersten besiegen haben wir nicht verbraucht auch nichts das andere lichter ist hier hinten müssen wenn denn die hier vorne gleich natürlich ordentlich rein schon ich habe ich bin da auch Ok, der fliegt, der fliegt, ist aber auch schon zugekommen, ne? Hey, da waren wir schon an der Fliegt. da kann ich so viel mit anfangen weil es ein gegner ist pflügt einfach eine reise und er pflanzt sich ich bin soviel etwa eine heilung über die maximen besser an ihm die kraftvoll das macht keinen sinn die überkraft ich bin nicht soviel bei dir ähm aber wie war der nacht dran also oh shit ich dachte nicht ganz stimmt und 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 geht es weiter ja das mana mana auf und 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 selbst schuld oder mann so vielleicht kriegen ja noch die anderen beiden aufgebaut ich bin der erste die gegner welches jahr ist immer zusätzlich auch noch angereift Ja. Was ist denn, mein Abtubein? Ich habe ihn jetzt. Komm. Komm. Komm jetzt. Komm. 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 das ist der neue besetzten schuss das ist der ich dachte ich kann schon aufsteigen eben nicht mal aber ob soviel weggählten hast, an dem, das ist doch schon gut. Gleich schon die fettesten Sachen. Kriegt allen, die man anscheinend hat und dann flammt sich viel, dann ist das doch schon mal gut. Ich will, dann sitzen die äußeren beiden, der vielleicht auch tot ist. Dann ist das noch nichts. Dann rechts. So, die Schattenpeitsche. Ne, also. Immer wieder so. Einfach den killen jetzt einfach mal. Oh. Da ist noch der in der Mitte dran. Dasselbe geholt? Dann haben wir auf jeden Fall das machen. Ja. Toll nicht. Platz. Oh, der Teufel. Oh, der Teufel. Der Teufel. Komm mal da noch. Nein. Was für dich? Gut. Mann, das gefällt mir. Das ist mir auch. Guck mal, der Kalibrett ist aufgestiegen. So, morgen den kriegen wir auch noch aufgestiegen. Weil ich auch genug Mana, der voll für unsere ganze. Das war der zweite. Der Schild müsste jetzt vollständig unten sein. Geben wir zurück zum Ein. Nehmen wir leider nichts. Aber das haben wir nicht. Die mehr. Die mehr. Ja. Ich muss echt. Das Marsch irgendwie. so ich habe ja nur die rote jetzt schon von uhr würde runter gehen so 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 Ich werde das noch nicht mehr aufnehmen. Ich werde das noch nicht mehr aufnehmen. Ich werde das noch nicht mehr aufnehmen. die aufhören ein sämtliches Mahnerweh herstellen runter zu ihm dann harter Korn wir haben es geschafft, die Schiele sind unten wir können zu spät sein, Engel, was kommt trotzdem durch wir können jetzt nicht mehr zurück haben wir keine andere Wahl seht doch Eindringlinge, ihr habt meine Untergebenen getötet doch Markus wird dennoch auferstehen Markus wird Feuer in die Welt tragen ich hoffe ihr habt einen Plan für das hier wir haben nie einen Plan erbärmlicher Licht warum verkümmert mein Körper das soll du all diese Sterblichen haben es unterbrochen Destra wird Destra ist unbedeutend ich werde die Welt zu Asche verbrennen und mit euch beginnen ok wir werden es wahrscheinlich beim ersten mal schaffen wir werden alles auf Erbahnen was wir haben macht klappen, dass wir da alles reinballern so, dann nehmen wir hier dann nehmen wir den Überfall und hier nehmen wir halt jetzt ich weiß nicht ja da ist ich weiß gleich noch einmal ist das? wird zerreißen nochmal das Ding hier nehmen wir so, man überlässt mich schon da kommt der Abwech da kommt der Abwech da kommt der Abwech das ist das wie man da ist das ist die Abwech wird zerreißen wird zerreißen in der Abwech Alter, hab ich ein Pächtchen am Pächtchen. Ich hab ihn ja lieber Heilen genommen. Ich hab ihn ja lieber Heilen genommen. Ich kann doch jetzt nichts mehr, ich kann jetzt nichts mehr großheilen. das kann man aber wieder ärgerlich leute ehrlich wir haben ja auch mehr okay wir versuchen mal ein angriff so mal ein angriff Warum kommt das angehen? Eindringlinge! Ihr habt meine Untergebenen gegründet, doch passt schneller! Das ist ein Dämon, aber hier ist es einfach. Ich hab jetzt keine Untergebenen gegründet, aber ich habe immer noch ein Dämon. Ich hab jetzt keine Untergebenen gegründet. Ich hab jetzt keine Untergebenen gegründet. Ich hab jetzt keine Untergebenen gegründet. Und dann... Ich brauche, ich brauche oder nicht, und... Ich brauche, ich brauche... Ich brauche, ich brauche, ich brauche... Horst du schon? Dann my the coward... Wer ist denn der Schoam? Ich brauche, wir haben gerade... Wir müssen sie angreifen dürfen... Weil das Enterprise kann! Ich brauche... Ja... Ich brauche alles... Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... Dasめ falta dieta... ich bin so viel das leben ist gerade gut okay irgendwas was ich machen kann was cool ich bin so cool ich bin so cool ich bin so cool ich bin so cool hey dad ja muss es noch nicht machen ich weiß nicht Ich werde ihn zum Heilen bringen. Ich werde ihn nicht gelohnt werden. Was? Ja? Ärgerlich, ärgerlich. Wette Niederlage. Das werden wir erst beim nächsten Mal machen. Jetzt im Moment. Vielleicht müssen wir noch mal rausgehen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.